Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmaninger, Kirchheimer, Astener und Keier, liebe Schwestern und Brüder aus Nahen und Herren, heute feiert die Kirche die heilige Barbara, die hier in der Astener Kirche besonders eindrucksvoll dargestellt ist. Sie ist dargestellt mit dem Turm, mit dem Schwert und mit der heiligen Eucharistie. Um die heilige Barbara, die am Anfang des vierten Jahrhunderts gelebt hat und auch gestorben ist als Lehrterin, bilden sich viele Legenden. Die heilige Barbara, sie ist in der Türkei in Imitz geboren und hat dort auch gelebt. Ihr Vater war ein reicher Kaufmann, ein Nichtchrist, der seine Tochter gut anbringen wollte, aber keiner der Auserwählten des Vaters war für die Barbara gut genug. Sie hat immer ein bisschen mehr gewollt und auch in ihrem Leben mehr gesucht. Und so hat sie zu einer christlichen Gruppe in ihrem Heimat gefunden und ließ sich auch in aller Heimlichkeit taufen, als ihr Vater auf Geschäftsreisen war. Als er zurückkam und erfuhr, dass Barbara Christin geworden ist, wurde er zornig. Er ließ für sie einen Turm bauen und wollte sie dort einsperren, damit sie nicht noch mehr vom christlichen Glauben hinnimmt. Die heilige Barbara überredete dem Baumeister dieses Turms, dass nicht zwei Fenster in den Turm eingebaut werden, sondern drei. Und als sie gefragt wurde, dann sagte sie, ich möchte erinnern werden an die heilige Treibfaltigkeit, an den einen Gott, der sich zeigt, die drei Personen. Der Vater wurde wild und händigte seine Tochter dem Stadthalter aus, der dort wurde sie, fand sie das Martyrium auf vielfache Weise. Das war ein schreckliches Martyrium, das uns in der Legende geschildert wird. Das will ich jetzt nicht in allen Einzelheiten darstellen. Aber als letztes wollte ihr eigener Vater sie mit dem Schwert enttauchen und er wurde vom Blitz getroffen und sank tot dahin. Aber man enttaute sie trotzdem. Die heilige Barbara wurde hoch verehrt und ihre Verehrung breitete sich schnell über die Türkei aus in die westliche Welt, wo sie heute noch verehrt wird. Vor allem die Bergleute rufen sie als ihre Schutzpatronin an. Aber sie ist auch für viele andere Berufe Patronin, wie zum Beispiel für die Ingenieure. Die heilige Barbara ist aber auch Patronin um eine gute Sterbestunde. Und da kommt der zweite Selige dieses Tages ins Spiel, nämlich Vater Adolf Volping. Er verehrte Zeit seines Lebens in besonderer Weise die heilige Barbara und er starb auch am heutigen Tag. So wird auch heute sein Gedenktag gefeiert. So weit zu unserem Abendimpuls über die heilige Barbara. Es ist auch manchmal ganz gut, wenn wir um eine gute Sterbestunde beten und wie Adolf Volping dabei auch als Fürbitterin die heilige Barbara anrufen oder auch den heiligen Josef. Jetzt aber wollen wir beten, wie jeden Abend. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. Herr, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und da jetzt singen wir auch wieder was. Nämlich von Kündetall in der Not die letzte Strophe. Gott wird wenden, Not und Leib. Er wird die Getreuen trösten. Und zum Mahl der Seligkeit ziehen, die vom Herrn erlöpfen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Barbrautag. Vergesst nicht, dass es zwei gehen, die weiß ich jetzt, damit die an Weihnachten dann auch glühen. Und von den Heiligen Vierass, hat den Heiligen Vierass, der Maderl, ein schöner Gruß. Führt euch Gott. Bis morgen. Amen.